Und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Together auf dem Let's Play Together Server und mit dabei ist wieder der liebe Confine1231 Ja hallo Und der liebe Rehbach der gerade schon wieder einen Fallschirm direkt ist Ja hallo Oh Mann das ist eine Kacke So und ich bin jetzt ja bei mir eine Mine zu bauen und der scheiß Block will nicht verschwinden Das heißt böser Block Aaaaaaah Junge Man sagt nicht scheiße das ist böte Super geil Sag doch was du willst ich hab schon 40 Level Ich hab 30 oh toll Ja wenn man Offscreen Levels sammelt so wie wir dann kann man schon mal so an die 30 Level haben oder 36 Alter das ist hier ein OP Block Ich kann meine Schaufel schon vertrottet Weil die ganze Zeit auf dem Block einen hämmer und der nicht weg gehen will Alter Hast du den Permittet oder äh per Keine Ahnung Ich werde so was ich den nicht mehr abbauen kann alter Willst du mich trollen Mach den nur weg Lohmann 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 Ey Flo komm mal kurz zu mir kannst du ihn weg machen Warte mal äh bei mir lecker hat alles rum Hier liegen die Atemsausse an So ein Bei mir nicht Bei mir lecker ich kann die hier einfach nicht aufheben Bei mir lecker nur dieser scheiß Dings Das heißt blöder das Ding ist Dings Dings mein ganzes Klima in der Hölle Nein Nope Nope wie sie jetzt dann so sehr Läu bei mir lächst auch jetzt bei mir lächst gar nix wir sind ganz viele Blöcke die ich nicht aufbauen kann jedenfalls Erdblock kann aber hinbauen und welche aus der Hand wegwerfen und keine Ahnung Warum hast du denn hier irgendwas mit Stein gebaut? Ja Ernsthaft du kannst es wieder abbauen Hey wo bist du denn? Ich kann jetzt gar nichts mehr abbauen Ich kann auch hinsetzen aber nicht mehr abbauen Ok ich reconnecte kurz Wo bist du? Ich kann dich auch nicht mehr abbauen ey Ich geh noch mal kurz runter Siehst du mich wieder? Ja ist richtig Hi Gucken Leute Ja es geht wieder Nicht töten Ja dann fahr mal wieder ein bisschen kühl zusammen hier Ich muss die einfach nur Ecken lassen Ja mach mal Ja wenn du nicht so solltest gar nicht alle töten aber Dann ist es schön Jetzt haben wir wieder nur drei Viecher Oh man Jetzt fachs bei mir Dann reconnecte Ja Ich verreck jetzt an Fressen An Fressen Aber ich muss das Wetter ändern Ja Ja Vielleicht liegt es auch da deswegen Bei mir auch immer wenn ich als Figureplayer der Welt auf einmal Wenn es auf einmal regnet geht nichts mehr Lass uns mal schlafen gehen Nein Dann steht halt wieder auf Hat immer auf die Uhr geschaut Nup Hier wird man wasserlos Hm keine Ahnung Block drauf bauen oder so Oder wegschöpfen Mit einem Eimer Den den du nicht hast oder wahrscheinlich nicht Ich wollte jetzt eigentlich was vollproduktives machen und das mache ich jetzt vorm Essen zusammen Ja gut Ich wollte ja eigentlich was produktives machen So hier ist schon mal kein Wasser mehr Kriegst du eigentlich Schaden wenn ich dich mit Eiern abwerfe? Nein Eier machen keine Rückstoß Ja Nur bei Tieren Wasserproblem gelöst Nein Und was für Probleme ist ja im Gange Ah ne doch nicht so Ich hab noch ein halbes Herz Und ich bräuchte ne Fackel weil es sehr dunkel ist Jetzt geh ich erstmal ne Fackel holen Oder Fackel craften Und ich kann nicht sprinten Wie scheiße ist das denn? Ich 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 mach jetzt Selbstmord Ich brauch nur einen Fallschaden Ein halbes jetzt Fallschaden Dann bin ich schon tot Toh Ahja beinah wär ich wieder losgesprintet ohne ne Fackel zu bauen Das wär mal wieder teuer gewesen Was hättest du hingekriegt? Ich kenn's nicht doch Ah Wenn einer Glas braucht, ich hab's im Überfluss Ja ähm wär's ja nett Ich komm nicht zu dir nach Hause Aber Glas Scheiben ne? Ja meine Trieb Obwohl Nein eigentlich nicht Irgendwas bei 4 Stacks wäre so Irgendwas bei 4 Stacks wäre so Irgendwas bei 4 Stacks wäre so Dann hab ich was angeguckt Sonst noch nicht Hä Man ist ja nicht so wichtig ne? Ja das ist ja auch nicht Hä Finde ich Was hat dieses verdammte Skelett für ein Aim? Das trifft mich aus jeder Entfernung jedes Mal Das ist ja so, das ist find ich auch total scheiße Die schießen immer schneller jetzt Ja wenn du ihnen näher kommst dann schon Aber dafür machen sie auch mit jedem Fall weniger Schaden Weil die dann kurz verspannen Ach ne Ich hab auch natürlich wieder gleich Wasser Oh meine Fliedermaus Oh ich hasse diese Viecher ne? Schlimm Wirklich Zappen Ich hab's erschlagen Ja ich hab's erschlagen Oh mein Gott Was ist denn das für ein equiptes Skelett? Wieso? Das hat Vollkettenrüstung Das läuft bei ihm Der hat Geld ne? Ja Niko Und ups Skeletten Ich glaub ich bin am Start gesporn, weil ich mein Bett noch nicht im Bett geschlafen bin Hm Nicht im Bett, ich wollte kann sagen Deutsch ist auch schwer, ne? Deutsch ist auch schwer, ne? Deutsch ist auch schwer, ne? Ich werfe jetzt ein Huhn mit ihrem eigenen Endprodukt ab Oh, ich bin gestorben Ich schlafe Aha Mit wem? Ähm, Privatsphäre Ähm, ich... Ach ne, ich brauch Glas so Stimmt Schade So, und letztlich mach ich mich an... Felder Was machst du? Ich mach halt Felder Ich auch Das ist so frei an der Schaufel und da hab ich immer wieder ein Taus rein und ich hab keine Ahnung... Ach so Toll, ich hab noch... ich hab bis jetzt noch kein vernünftiges Erz gefunden Meine Mine ist noch im Rohbau Mine im Rohbau, das hat... Ich bin grad mal auf... ich bin grad mal auf der Höhe 52 Meine Mine ist roh und mein Spitzhack ist kaputt, aber ich hab vorgesorgt und Eisenspitzhack mit eingepackt Oh, und ich hab gleich Eisenspitzhack gefunden Yay What the fuck Eisenspitzhack ist so doof, ne Für dich vielleicht Huh So, jetzt geh dich auf, jetzt mach ich nur noch einen stinknormalen einzelnen Gang Jesus, die Christian Glückwunsch Und ich hab ja kein Bock mehr . das ist seit 2 auszuheben Flüいく Für die Für die Bелен Welch Nun F Jager Eroken D rewards Fairy 그것 Und welchen EE Hast du Leder? Eins. Ja, bringt auch was. Bring einfach alles mit und Leder. Warte, ich bin grad runter gesprungen und hab noch ein halbes Herz. Ich geh jetzt mal... ...schweide, bitte. Ach ne, ein Herz. Entschuldigung, hab untertrieben. Oh fuck, oh Gott, ich verlass mal in deine Höhle. Oh, hier gibt's doch eine Erze. Wie toll. Ich war bei Minecraft-Viki und bin jetzt auf irgendeiner Spiele-Seite. Jupp. Yay, spielen. Nee, nicht yay. Oh, spielen. Oh, Eisen. Und Kohle. Und noch ne Höhle. Oh mein Gott, was für Glückstag. Minecraft wird ja immer besser. Wir könnten den Port einfach mal beenden. Yo, würde ich auch sagen. So, das war, ich denke, wir haben schon wieder einen 15-Minuten-Port. Oh, und ich hab grad so nen schönen Erfolg erzielt. Ja, also, ich hoffe euch hat der Pack gefallen. Ja, ich hoffe es auch. Und bis dann. Ciao. Ja. Ciao. 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 Ciao.